was geht ab freunde und herzlich willkommen danke dass ich was sagen was geht ab freunde herzlich willkommen zu einem neuen video von uns beiden wir sitzen gerade im tesla model 3 mit louis und lennart wir haben uns gerade beziehungsweise sind gerade am video drehen für die beiden für tests über dem model 3 auf jeden fall haben wir jetzt gerade erst mal essen wir sind schon seit seit sieben unterwegs ungefähr nichts gegessen heute und das hier ist nämlich ein full day of eating werdet heute sehen was wir heute am tag essen und erste mahlzeit ist natürlich die wichtigste mahlzeit des tages deswegen kann es eigentlich nur eine sache geben die wir ohne was holen wir uns king dünner selbstverständlich was auch anders so wie jeden tag erst mal dünner freunde ich würde sagen lehnt euch zurück das hier leugt da und genießt das wort wieder in a day so freunde wir sind jetzt heute fertig ich rufe gerade saske anfragt wie es bei ihr aussieht mit jim weil wir wollen jetzt eigentlich sofort ins jim sehen wir gerade nicht ab auf jeden fall der bürger war echt lecker der dünner hat heftig gut gemundet also besser dünnerland hier also freunde eigentlich relativ untypisch dass wir zum frühstück essen aber heute an mir heftig hunger hat das ist also da gehen wir immer zu king dünner dünner mann also der beste dünner mann eigentlich auf jeden fall dass ich sagen wollte ist wir sind jetzt seit ich bin seit halb sechs glaube ich wach und wir waren seit sieben uhr auf achse und da ist das eigentlich schon mittagessen auch wenn es erst elf uhr ist oder nee es war halb elf durch als wir gestern haben weiß nicht auf jeden fall guter dünner jetzt aber ein bisschen verdaut jetzt fahren wir ins gym sieben denke ich ein booster oder hast du Bock auf booster ganz genau da trinken wir den booster verdauen noch ein bisschen und dann wird wohl trainiert einfach kurz bevor du losfährst ok warte kannst du es bitte vor kamera rot richtig rot grün rot bringt keinen muskeltod und dann muss man die auf einmal gleich und das geht auch in der diät bei einem defizit immer 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 das sind auch keine kalorien dann ne nur muskelschutz das ist rot grün rot erzeugt ein sogenanntes kaloriendefizit ist auch egal in welcher menge ne die menge ist egal wir mehr so freunde wir haben jetzt erstmal früher kommt ein scoob booster oder auch mehr als ein scoob aber wollen wir ja nicht geizen dann bisschen zitrullin dazu für den extra pump und dann kommt gleich noch arginen kapseln dazu und da kommt und da kommt das tornado das ist das ist auch noch da rein das ist ein booster wir mischen und dann trinken wir nicht das zusammen was ist das ist ein ganz ganz milder booster basiert auf gummibärchen extrakt den kann man vertrauen also leute ihr seht wir sind bestens versorgt und dann Ach erstmal, das Training war richtig, richtig geil mit der Booster-Mische, also es war schon ganz gut. Auf jeden Fall gibt es nach dem Training erstmal Melküber. Wir haben jetzt keinen Shake dabei, aber Melküber geht auch. Ich habe den im Geschmack, Peanut Butter. Hallo! Alter, habe ich mich erschrocken. Ich auch, Alter, hallo. Kannst du auch richtig Hallo sagen? Alles Gute nachträglich erstmal, ey. Das ist aber gemein, doch. Erschreckend, erschreckend. Ich habe ihn ja probieren dürfen, glaube ich. So Freunde, auf jeden Fall sind wir gerade im Aufbau und essen 3200 Kalorien, 180 Gramm Eiweiß, das ist ca. zwischen 175 und 985, zwischen 80 und 90 Gramm Fett und den Rest Kohlenhydrate. Jetzt geht es um Melküber, als Post-Workout-Meal oder Post-Workout-Snack eher gesagt. Vielleicht ist es natürlich eine richtige Mahlzeit. Schmeckt. So Freunde, zu Hause angekommen gibt es wie versprochen, beziehungsweise wie angekündigt unser erstes richtiges Mehl nach dem Training. Und zwar ganz genau, ganz easy ist jetzt relativ basic, relativ clean, würde ich mal so behaupten. Wir hatten heute Morgen Döner, danach den Melkibar. Also nichts richtiges, was man, sag ich mal, als Mikronährstoffreich bezeichnen kann. Und genau deswegen haben wir jetzt hier erstmal 300 Gramm Brokkoli im Rohgewicht. Da haben wir 150 Gramm Reis im Rohgewicht und 300 Gramm Hähnchenbrustfilet im Rohgewicht. Wie der hat sich dazu Sriracha und Sojasauce geknallt. Ich knallte mir dazu auch noch Sojasauce. Und dazu eine Pepsi Max oder Max, ne? Oder nee, Siegung. Das ist erst Max und das ist jetzt leid. Diese Mahlzeit hat hier knapp 1000 Kalorien, 134 Karpfs, 97 Albeis und 6 Gramm Fett. Und ich würde sagen, wir gönnen uns das Ganze. Was sehr, sehr wichtig ist, die Balance macht es einfach. Gemüse 300 Gramm, danach noch 250 Gramm Erdbeeren. Und da sind wir gut gedeckt mit Mikronährstoffen, mit guten Albeis, mit gutem Essen und Esswanger. Yes. Ich würde sagen, wir essen gleich die Erdbeeren. Ich habe gerade gar keinen Hunger, aber ich werde noch gegessen. Und dann sieht man sich schon bei der nächsten Morteil. Zack, Freunde, ziehe ich das mal rein. Man sieht einfach genau, wo das Flugzeug gestartet ist, gefühlt. Und da oben. Ey, wo bist du, ich das Ding gerade. Das ist schon schön, ne? Jetzt kommen die Verschwörungstheoretiker mit Chemtrails, bro. Chemtrails in the real. Flat Earth. Flat Earth in Chemtrails. Shit. Warum machst du? Dann ist es nicht so. So, Freunde, Funnel ist gemacht. Wir haben jetzt hier erst so ein Haferflocken, 60 Gramm, dann halben Apfel, Chiasamen, 10 Gramm, 15 Gramm Goji Beers, Goji Beeren und Acai Pulver. Genau, 5 Gramm Acai Pulver. Also nochmal schön Ballaststoffe rein, schön ein paar Vitamins rein. Ja, ne? Und, und, Freunde, jetzt, vielleicht hat sich der eine oder andere gefragt, hey, warum habt ihr Alkohol auf eurem Funnel? Wir haben Alkohol einfach auf unseren Funnel, weil wir gedacht haben, passt sie irgendwie gerade zum Funnel. Und damit das kein Clickbait ist, trinken wir ein Schlückchen. Du fängst. Freunde, was wir sagen wollten zum Thema Alkohol, ich trinke jetzt natürlich nicht einfach nur fürs Video Alkohol. Wenn man es in Maßen macht, nicht im Übermaß, ab und zu, die Menge macht das, Freunde, wenn ihr ab und zu mal trinkt, dann macht das einfach, seid euch bewusst, das ist eigentlich, ja, eurem Körper an nichts Gutes tut, aber vielleicht habt ihr einen spaßigen Arm. Geht natürlich auch ohne, aber wir haben nichts Gänztes trinken, wenn man es so alle Pannen hat. Solange man sowas jetzt nicht zu regelmäßig macht, in zu hohen Dosen, ist, finden wir, kann man sowas auch nicht als Droge bezeichnen, sondern einfach als Konsummittel. Also maximal immer die, genau, maximal immer die 0,25 Dosen nehmen, ansonsten wird das dann zu viel. Was redest du, Alter? Du hast gesagt, äh, wenn man es nicht in zu hohen Dosen macht. Achso. Also nicht die höchsten Dosen nehmen, nehmt 0,25, 0,3 geht auch noch klar. Ja, vor allem, wir essen das jetzt und wir essen das gleich am nächsten Mahlzeit. Also und wir, falls ihr euch fragt, wie oft trinkt ihr, wie so, wenn es hochkommt, viermal im Jahr, viermal, viermal, viermal gucken, was der Sommer so trinkt. Dieses Jahr haben wir noch gar nicht getrunken. Doch, Silvester. Ja, was zählt das noch? 1. Januar, ja. Deswegen hat einer gesagt, du, Alter. So, Freunde, nächster Tag, weil Art und ich gestern Abend nicht die letzte Mahlzeit zusammen gegessen haben, aber wir die Begrüßung, nicht die Begrüßung, sondern die Verabschiedung zusammen machen wollten, haben wir uns gedacht, fehlen wir euch nur das Essen. Warum musst du genau in die Sonne gucken? Die ist schön. Die Sonne macht Spaß. Die Sonne ist auf jeden Fall. Habe ich am Ende des Tages nochmal, ich glaube, vier American Toast mit Nutella gegessen und Martin Herrscher waren es mir noch mal erlaubt. Wir haben knapp, du, was hast du gegessen? Erzähl doch mal, was ist das? Ich habe noch eine Pocken Eierplätze noch gegessen. Ah, ich habe noch eine Pocken Eierplätze gegessen. Also seine Kalorien sind ein bisschen anders als meine, minimal. Er hat sie jetzt nicht getrackt, ich habe nur getrackt, er wird aber auch ungefähr so 3200 drin haben. Yes. Bisschen weniger Fett als ich, dafür ein bisschen mehr Kohlenhydrate, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Eiweiß, weil er einfach noch Milch getrunken hat, beziehungsweise Milch mit Eifritzen hatte. Ja, Mann. Genau, und hier nochmal die Gesamtkalorien von mir. Hier Artes Gesamtkalorien. Und machen, Herr Schoffe. Wir hoffen, euch hat die Swordread in the Day gefallen. Wir würden uns über eine Bewertung freuen, über euer Abo und ich würde sagen, bis zum... Nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.